La Cassette. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. La Cassette jetzt. Dembélé. Sehr gut aufgepasst. Der Freistoß, klare Sache. Joao Mario. Und hier wird es jetzt zwei Minuten Nachspielzeit geben. Guter Steinpass. Da war mehr Dreh, denke ich, aber geklärt. Tolisso, ganz stark abgeblockt. Tolisso, souverän gemacht vom Torwart. So, jetzt ist erstmal Pause, steht hier noch 0 zu 0. Ich bin gespannt, ob ihr ein Team in der zweiten... Anstoß. Und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Mares. Da kommt die Flanke. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. So, das wird nichts mit dem Konter. Klasse Zuspiel. Und jetzt haben sie die große Chance zur Führung aus Elfmetern. Das könnte eine entscheidende Szene dieses Spiels gewesen sein. Und er macht den Elber. Super gemacht. Kein Anzeichen von Nervosität. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern. Aber er lässt sich nicht kirre machen. Und verwandelt. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Jetzt Ander Herrera. Sie kommen über den Flügel. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen. Hier mal eine Idee zu entwickeln. Fred! Da ist er drin. Ein tolles Tor. Da schenken sie die Führung gleich wieder her. Ja, das ist bitter. Alles offen da. Da hat er keine große Mühe mehr. Also, den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Hat er machen sie es ihm aber auch wirklich leicht. Und er sagt Dankeschön. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1,1. Tollisto. Nico Schulz. Gnabry. Jetzt die Flanke. Jetzt die Möglichkeit. Und der Ball geht nicht ein. Aber was für eine Szene. Und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Robertson. Und nun Lacazette. Klasse Pass jetzt. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Haus. Tolisso. Tolisso. Icardi. De Rossi. Magdein. Gut gehalten. Halbe Stunde noch. Dann ist das Spiel vorbei. Dann ist das Spiel vorbei. Und Lacazette. Gnabry. Und hier wird es Einwurf geben. Joao Mario. Ganz sicher. Auch dieser Ball kommt an. Gnabry. Icardi. Er ist frei. Da kann was draus werden. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Super dazwischen gegangen. Ball bei Lacazette. Jetzt können sie klären. Hätte sonst gefährlich werden können. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Icardi. Gnabry. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Da ist Platz. Naby Keita. Riyad Mare. Oh, wie hat er den, Digga. rationer. Tschüssi. Naby Keita. Ändi. Tura. Tura. Tumosi. 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 Die Unterbrechung nutzt er jetzt, es kommen zwei frische Kräfte. Nice! Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Smalling. Naby Keita. Ander Herrera. Naby Keita. Keita! Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Witze. Augusta. Nico Schulz. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Der Rossi! Und die Möglichkeit! Da liegt ein Spieler am Boden, wenn ich es richtig gesehen habe, ist es irgendwas Muskuläres. Weg ist der Ball. Lacker Set. Und jetzt ein Schuss. Ecke, jetzt wird es gefährlich. Aktuell viel Druck, die Fans feuern sie. Ander Herrera! Auf der Linie gerettet. Und er schießt. Das war die Gelegenheit, aber es bleibt beim Unentschieden. Kurz vor dem Ende steht es unentschieden. Sehen wir noch den Siegtreffer. Ander Herrera. Ander Herrera. Fred. Es bleiben hier noch acht Minuten. Ballverlust. Und jetzt ist noch mal Konzentration gefragt. In der Defensive ist Gedeckstoß. Hier geht's Gedeckstoß. die aktion wird jetzt also doch noch bestraft er sieht hier die gelbe karte und das geht auch vollkommen in ordnung ich denke da kann er sich nicht beschweren super aktion gut geklärt jetzt eine gute flanke das klappt bei so einem ding musste natürlich auch ein bisschen glück haben hat leider gefehlt der ball ist im seitenhaus einwurf trend alexander arnold kassel dann war den spieler wieder zurück hereingabe jetzt aber es kommt kein mitspieler an den ball alexander da kommt der schuss es gibt noch eine ecke noch mal eine gute gelegenheit jetzt kommt die ecke da hat es gefährlich aus aber der ball ist erst mal weg nachspielzeit sind drei minuten mares und direkt die nächste die ecke jetzt der ecke geht er rein kein tor da blocken sie den ball gerade noch ab es gibt noch mal ecke vielleicht die letzte möglichkeit ecke kommt rein so erst mal geklärt nach dem dieser reingabe das dürfte die letzte der muss drin sein per lupfer was für ein tor da kann er das tor nicht verhindern obwohl er noch dran war war das die entscheidung wo sie möglich ist es ist nicht mehr viel zeit um hier zurückzukommen mal ist mal ist 20 dembélé la kassette und nun ein schuss da könnte der ausgleich werden jetzt können sie so das ist der schluss wirft das spiel ist aus zu da Das war's für heute. This one's for you. This one's for you. I think I made it. I think I made it. I think I made it. Cause I'm always smiling and you're the reason now. Girl, I can't explain it. It's all in the time and I had to get low. I had to get low. I had to get back. I had to report. I had to get facts. Cause you were just that, you that. Girl, you share your truths with me. And I find them true. Amused. You in the booth with me. Can't spend time on a nickel and dime me. I got me a girl. She don't want no diamonds. A daily reminder to holler at God. Like, where did you find her? Good look at my n***. Everything around me, I took it. Did it with only the n*** I knew. And a few n*** I thought I knew better. Let go my n*** I always do better. But you're more top echelon. My neck's probably be a step backwards. Struck with love like a drama major. Be the best actors. I'm done with all that tough acting. John Madden with a soft habit. It's all happens. My n*** my life's good things. They still dream it. And you deserve them too. I'm gonna do it just so it happens. I think I made it.